willkommen zum short review review let's view von diesem kleinen diaclone comic und katalog aus dem jahre 1985 dieser lag eins meinem diaclone truck alias convoy dem späteren transformers autobot anführer optimus prime bei es ist der neunte teil der geschichte insgesamt hatte der comic 48 seiten aufgeteilt zu je vier seiten und je einem diaclone fahrzeug beigelegt er wurde von den beiden italienischen künstler brüdern paul und gitan britzi geschaffen dies ist nur ein gemütliches anschauen die ausführliche betrachtung hat ein eigenes video viel spaß so so Untertitelung. BR 2018 Danke fürs Zuschauen, freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald!